. Wenn der Rote kommt, war der Weiße schon da. Und der Ball wieder weg. Dann Kurani. Aber, Jörg Sivas, eine klasse. Dann Bastöck und Ulf Kirsten. Tor hat Sivas. Der Ball kommt zum eingewechselten Hansen. Und wieder Sivas. Das war seine 13. Parade in diesem Spiel. Das ist Saisonrekord für den Keeper von Hannover 96. Er hielt den 2 zu 1 Erfolg fest. Und da ist Tretzsjock, Sivas. Doppelpass mit Marx. Hartmann die Chance. Und Sivas, der ist stark bei 1 gegen 1 Situation. Wilmots auf Penza. Elf Minuten waren da gespielt. Emil Penza, im Grunde die einzige Spitze. Sand spielte hinter ihm, ein bisschen versetzt. Und da hatte Sivas gut aufgepasst bei diesem Innenrissschuss von Emil Penza. Und da hatte Sivas sehr. Er ist mal starten. Ins Kunde aber nicht gespielt. Flipsen war an Sievers gescheitert. Ja, viel ist nicht passiert, das war eigentlich wie immer beim Elfmeterschießen und ich hab wieder so viel Glück gehabt. Ist es nur Glück, wenn man zwei Elfmeter hält? Es ist nur Glück, ja. Alleluia, 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 alleluia.